Wuhuuu! Ja moin Leute, was geht hier für dich bei ItaliGaming? Willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Battle Mode. Willkommen zu einem neuen Video erstmal Minecraft Battle Mode. Neue Runde ist ja noch gar nicht gestartet. Ich bin hier auf wieder einem anderen Server, beziehungsweise in einer anderen Lobby von keine Ahnung wen. Auf jeden Fall habe ich die letzte Runde ganz easy gewonnen und ich hoffe mal, dass ich diese Runde jetzt auch gewinnen werde. Wir spielen wieder auf dieser beknackten scheiß Lava Map. Nice! So, looten wir uns jetzt erstmal die Truhe, dann die Truhe und dann geben wir einfach mal, weil mehr als zwei Truhen braucht man hier nicht looten. Verschwindigkeitstank gönnen. Kann man ruhig in die Lava springen. Bringt uns eigentlich keinen Schaden, weil wir unverwundbar sind die ersten... Wie viele Sekunden sind das immer? Egal, das ist auf jeden Fall die Sekunden, die wir halt unverwundbar sind. So, hier können wir ganz easy drauf springen. Dann ist auf jeden Fall hier noch eine Truhe. Gönnen wir uns auch noch. Zack, zack. Wo kommen wir noch eine Truhe her? So, wir haben ein wunderschönes Schwert. In der Mitte ist jetzt auch keiner. Okay. Gucken wir mal. Ah, unnötig. Unnötig. Muss ich nochmal zeigen. Warum lootet der das Falsche? Scheiße, ne? Wenn ich einen Feuerbogen hab. Scheiße. Ja, voll, ne. Gewonnen. Wir sehen uns dann gleich in der zweiten Runde. So, und damit herzlich willkommen zur zweiten Runde, die ich aufnehme. Auf meiner Lieblingsmap-Bucht. Allerdings die kleine Bucht-Map. Die ist nicht so geil. Aber okay, wir gehen jetzt einfach mal in die Runde rein. Zack. Zack. Okay, wir haben eine Schaufel mit Verbrennung. Finde ich jetzt eigentlich recht nice. Und wir haben eine Angel, mit der ich nicht spielen kann. Nice, oder? Verarschen. Und kämpft ihr hier alle? Na, egal. Kill Nummer 1. Kill Nummer 2. Oder? Habe ich überhaupt einen Kill bekommen? Ja, ich habe einen Kill bekommen. Nice. Kill Nummer 2. Ja, easy. Da haben wir dann einen Zombie. Kill Nummer 3. Easy. Wo haben wir den nächsten? Erstmal looten wir hier die Truhe. So, da haben wir den nächsten. Wir haben leider keine Pfeile. Belastend ein bisschen. Aber wir holen uns den Typen jetzt auf jeden Fall. Lass den jetzt auf jeden Fall nicht entkommen. Aber hier haben wir noch einen Typen. Mal gucken mal, ob wir uns beide sleaseln können. Mit einer Verbrennungs-Schaufel. Ja, nice, haben wir. Welche brauche ich nicht? Nice. Wir haben das beste Schwert. Leute, ihr merkt bestimmt, dass ich übelst leise bin. Seit letzter Zeit in meinen Videos und so, dass das halt noch, weil ich krank bin. Ja, wenn ich wieder gesund bin, dann geht es wieder actionreich los. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr überhaupt die ruhige Art von mir mögt oder nicht. Also, ob ihr die ruhige Art... Wie ihr die... Alles klar. Ja, ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr die ruhige Art von mir mögt oder ob euch meine abgedrehte Art viel besser gefällt. Ich suche immer noch den Gegnern hier. Da hinten ist er. Den haben wir doch gut getroffen, oder? Ist ja gerade wirklich runtergefallen. Wow. Wow. Du... Du kleiner Wicht, du. Ne, 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 ne. So ist es schon mal nicht. Wow, Freunde. Wir haben die zweite Runde hier gewonnen. War wieder schon knapp, aber wir haben es geschafft. Wir haben die dring- 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 dring. dring- 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 dring